Hm, ich frag mich ja, was in Japan so in Sachen YouTube-In ist. Lasst uns mal schauen! Hm, Pranks. Kochsendungen? Irgendwer bekommt etwas in die Fresse? Ah, Let's Plays! Also genau dasselbe wie bei uns. Moment, was ist das denn? YouTuber-Virtuell-Ai-Chan? YouTuber-Virtuell-Ai-Chan? Konnichiwa minasano talöle zu diesem neuen Video auf Japan World. Richtig nice, dass du wieder mit dabei bist, denn ja, so komme ich mir auch nicht immer so dumm vor, wenn mich meine Mutter fragt, warum ich immer mit der Kamera rede, so schizophren und so mäßig. Wisst ihr, Leute, YouTuber zu sein ist nicht gerade einfach. Man muss kreativ sein, man muss reden können und man muss eben auch fleißig und hart arbeiten. Also so, alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf mich zutreffen. Dass es aber manchmal auch reicht, etwas anders als die Masse zu sein, haben in der Vergangenheit nicht nur Kronk und Co. bewiesen. Denn jetzt gibt es eine neue YouTube-Sensation direkt aus Japan, die meiner Meinung nach auf jeden Fall den Web-Video-Preis verdient hätte. Wobei, wenn man sich die anderen Nominierungen anguckt, wie Bibi, hätte es auch wahrscheinlich ein Katzen-Video gefilmt mit einer Kartoffel verdient, ja? Ach, so ein Scheiß dieses Jahr. Aber zurück zum Thema, Virtual-YouTuber Ai-Chan ist eine kleine YouTuberin, die nicht mal real existiert, also nicht so ganz. Es handelt sich lediglich um eine animierte Figur, die nachträglich synchronisiert wird, während sie, ja, mal ein paar Games spielt oder ein paar Zuschauer-Kommentare vorliest. Und wer sich jetzt denkt, da kann ich aber ein klein normaler Anime gucken. Ist da weit gefehlt, denn hier handelt es sich wirklich um einen echten YouTuber, nur eben in virtueller Form. Übrigens lautet der volle Name der kleinen Kizuna Ai, was ich ziemlich passend finde. Und auch sonst muss ich zugeben, dass ich diese Videos regelmäßig schaue und das auch ziemlich gerne. Denn auch wenn man kein Japanisch kann, hat sich mittlerweile eine richtige Untertitel-Community gebildet, die eben relativ schnell die Untertitel in Englisch bringt. Richtig nice, oder? So kommt man auch hier auf den vollen Genuss des Contents. Geil! Übrigens ist Kizuna Ai auch die erste virtuelle YouTuberin in dieser Form, was das Ganze auch ziemlich besonders macht. New is better, außer es ist das neue iPhone. Ah, das war so... Von den Inhalten her ist das jetzt natürlich kein Julian Bam oder David Hine, aber es hat mich doch, ja, ziemlich gut unterhalten, immer wenn ich ein Video davon geschaut habe. Wobei ich, wenn ich zugeben muss und was auch einige von euch wissen, eine ziemliche Schwäche für niedliche Dinge habe. Ja, so ist das. Natürlich könnt ihr gern mal auf dem Kanal vorbeischauen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich dürft ihr mir auch Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze genauso cool findet wie ich oder ob ich demnächst meinen Psychiater anrufen muss. Ah, der wartet schon wieder auf den nächsten Termin. Furchtbar. Oder ihr schreibt einfach eure generelle Meinung zu diesem Video unten rein und gebt vielleicht diesem Video auch noch einen Daumen nach oben, das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten sage ich einfach mal Danke, dass ihr immer wieder mit dabei seid, immer wieder kommentiert, immer wieder Däumchen hoch gebt. Ich bin so wahnsinnig froh, so eine richtig tolle Community zu haben. Fühlt euch ultra gedrückt von mir, das mache ich absolut ernst. So much love für euch. Also euch allen einen richtig tollen Sonntag, bleibt geschmeidig, bleibt sauber und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Japan World. Bis dahin, matane! Bis dahin, matane! Bis dahin!